Schön, dass Sie da sind. Mein heutiges Thema sind geschwollene Beine, Ödeme. Leiden Sie selber unter geschwollenen Beinen, Ödemen oder kennen Sie Menschen? Dann sind die nächsten Minuten interessant für Sie. Mein Name ist Christine Rosatana. Ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Ich habe viele Menschen, die zu mir kommen und das als Symptom angeben. Und hier sehen Sie im Überblick meine 5-Schritt-Methode, die ich dazu anwende und empfehle. Der erste Schritt ist, dass hauptsächlich und ursächlich körpereigene Hormone eine Rolle spielen können. Und die werden ganz bequem per Speil getestet, indem man daheim in Röhrchen spuckt. Meist ist es so, dass oft ein Hormon zu hoch ist, das Estradiol, und andere Hormone zu tief sind, wie zum Beispiel Progesteron, Testosteron, Cortisol, DHA. Der zweite Schritt ist, dass man auch ein Lymph-Training macht. Und da gibt es ein tolles Lymph-Training, das die Menschen daheim machen können, drei Tage lang, um die Lymphe zu verbessern. Auch Bewegung ist wichtig und Menschen bekommen für mich Bewegungstipps, die sie draußen oder drinnen machen können, bis hin zur Kneipp-Therapie, der ja auch mit Wasseranwendungen gearbeitet hat, der Pfarrer Kneipp. Was wichtig ist, dass man auch vielleicht aus Nahrungsempfehlungen das raussucht, was einem schmeckt. Und dazu gebe ich auch diverse Rezepte, was die Leute dann kochen können und auch genießen können. Als fünfter Schritt sind wichtig auch Nahrungsergänzungen. Mit guten Nahrungsergänzungen können Sie auch Wesentliches erreichen gegen geschwollene Beine und Ödeme. Sie sehen unten auch diese Tipps schon verlinkt, die Links zu diesen Nahrungsergänzungen. Ich möchte nochmal den ersten Schritt aufgreifen, weil er so wichtig ist. Und der hauptsächliche Schritt wäre, eben die körpereigenen Hormone, die da betroffen sind, zu testen und in den optimalen Wert zu bringen. Ich freue mich, wenn Sie betroffen sind und mir ein E-Mail schicken. Sie sehen meine E-Mail-Adresse unten. Da können wir für Sie speziell auch das weitere Vorgehen besprechen. Sie können hier auch den YouTube-Kanal abonnieren von mir. Dann haben Sie auch die Chance, dass Sie immer wieder informiert werden, wenn ein neues Video rauskommt. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, jede Christine Rosatana. Bis bald.